Mischst du das ernste geistige Blau mit Rot, dann steigerst du das Blau bis zur unerträglichen Trauer. Mischst du Rot und Gelb zu Orange, so gibst du dem passiven und weiblichen Gelb eine märchenhafte, sinnliche Gewalt. Ein durchaus festlicher Klang sind Blau und Orange. Mischst du Blau und Gelb zu Grün, so wächst du Rot die Materie, die Erde zum Leben. Dieses Farbenrezept klingt ja fast nach einem Zaubertrank von Miracolix. Aber nein, dieses Rezept stammt vom Maler Franz Marc. In einem Brief an einen Freund erklärt er, wie er die verschiedenen Farben sieht und empfindet und welche Kraft und Magie die Farben haben. Franz Marc wollte wie Gauguin eine paradiesische Welt darstellen. Und dabei setzte er voll auf die Kraft und Magie der Farben, wie Matisse. Natürlich gibt es auch Formen in seinem Bild. Die Bäume sind unwirklich klein im Verhältnis zu den zwei Frauen und scheinen die Frauen wie zu umarmen. Du siehst, der Fantasie und dem Pinsel sind keine Grenzen gesetzt. Dann sage ich das mit dem Projekt. Untertitelung des ZDF, 2020